Hallo und herzlich willkommen zu diesem kompletten Tutorial zum Thema Produkte auf AliExpress finden, profitable Produktideen generieren und vor allen Dingen auch Risiken abschätzen. In diesem Video möchte ich dir an praktischen Beispielen zeigen, welche Produkte profitabel sein könnten, das heißt, welche Produkte auf AliExpress für dich sinnvoll wären, in deinen Shopify Store einzubauen. Wir werden dann anschließend nochmal über die Risiken sprechen, vielleicht welche Produkte du nicht importieren solltest, welche du nicht in deinen Store integrieren solltest und dann am Ende von diesem Video werden wir uns auch nochmal mit dem AliExpress Dropshipping Center auseinandersetzen. Wenn du dich in den gesamten Kurs einschreiben möchtest, der über 5 Stunden lang ist, dann gehe gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Shopify Meisterkurs. Der Kurs wird dir Schritt für Schritt zeigen, wie man einen eigenen Shopify Store aufbaut und wie man über diesen Shopify Store eigene Produkte verkauft, wie man Produkte vermutet, Produktresearch macht und so weiter und so fort. Also wie gesagt, 9,99 Euro, der Kurs befindet sich in der Videobeschreibung. Aber nur über den Link kriegst du den Kurs. Nun wünsche ich dir aber mal ganz, ganz viel Spaß noch hier mit diesem Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit dir über die Frage sprechen, wie man denn eigentlich ein profitables Dropshipping Produkt beziehungsweise eine profitable Dropshipping Idee generiert. Und ich möchte mit dir hier in diesem Video mal ganz praktisch vorgehen. Ich möchte dir gleich ein Dropshipping Produkt vorstellen, nämlich einen kleinen Astronauten, einen kleinen USB Astronauten. Ich werde dir Schritt für Schritt zeigen, wie ich profitable Ideen generiere und ob diese Idee nun hier mit zum Beispiel so einem kleinen Astronauten denn überhaupt sinnvoll ist. Aber kommen wir mal zuallererst zum grundlegenden Prozess. Welche Dinge sollte man beachten, wenn man eine profitable Dropshipping Idee generieren möchte? Zuallererst mal brauchen wir natürlich ein interessantes Produkt. Gerade im Bereich Dropshipping ist es immer sinnvoll, ein Produkt zu haben, für das sich Leute wirklich interessieren. Wenn das Produkt zu herkömmlich ist, kann es manchmal ein wenig schwer sein mit dem Marketing, weil herkömmliche Produkte oft schon, sag ich jetzt mal, in vielen Dropshipping Stores angeboten werden. Da ist auch zum Beispiel die Konkurrenz über Google meist sehr stark und sowas lässt sich nicht gut über Influencer Marketing promoten und auch oft nicht über Paid Advertising mit Ausnahme hier vielleicht von Google AdWords. Also da muss man immer so ein bisschen schauen, originelle Produkte, die die Leute vielleicht noch nicht kennen, wo es noch nicht besonders viele Shops zu gibt. Das könnte immer ganz interessant sein, in solch eine Nische reinzugehen, mit solchen Produkten zu arbeiten, aber das soll wie gesagt nicht der Hauptfaktor sein. Du kannst auch ein sehr langweiliges Produkt nehmen, zum Beispiel Leute sind Millionäre mit Kabelbindern, auch übrigens Kabelbinder-Dropshipping geworden. Es gibt aber auch viele Leute, die zum Beispiel mit interessanten Produkten nicht millionär geworden sind. Das soll also nicht hier eine pauschale Aussage sein, aber ich sage dir schon mal so viel, es ist natürlich ganz schön, wenn man ein Produkt hat, das irgendwie interessant ist, weil man es dann zum Beispiel gut über Influencer promoten kann oder zum Beispiel Facebook-Werbeanzeigen oder auch gerne andere Wege. Was genau macht denn überhaupt ein interessantes Produkt aus? Es muss ein USP geben, es muss ein Unique Selling Point geben, es muss anders sein als die Produkte, die man bisher kennt und vor allen Dingen muss es vielleicht auch so ein bisschen den Wow-Effekt haben. Es muss einfach die Leute ansprechen, es muss etwas sein, das man vorher vielleicht noch nicht gesehen hat. Beispielsweise, und das ist nun dieses Produkt, über das ich mit euch sprechen möchte, habe ich hier einen kleinen Astronauten und dieser Astronaut leuchtet praktisch, wenn man ihn in einen Computer reinsteckt. Wir haben hier einen USB-Anschluss, das heißt, wir stecken diesen Astronauten in unseren USB-Port rein und dieser Astronaut wird dann praktisch leuchten. Und was man damit macht, ist folgendes, man hat einfach diesen Astronauten, man steckt den in den Computer rein und dann kann man mit diesem Astronauten auf zum Beispiel die Tastatur scheinen und damit ist dann praktisch die Tastatur ersichtlich, gerade wenn es zum Beispiel jetzt dunkel ist bei dir und sagen wir mal, deine Tastatur hat bisher keine Beleuchtung dran, dann kann natürlich so ein Astronaut hier schon einen Unterschied machen und die Tastatur beleuchten. Das, wie gesagt, ist die Aufgabe von diesem Astronauten, natürlich kannst du auch gerne viele andere Dinge hier mit diesem Astronauten machen, kannst daraus irgendwie eine kleine Lampe machen oder was auch immer, weil das Licht ist ziemlich stark, es handelt sich hierbei um eine LED-Leuchte, die hier drin sitzt und wir können jederzeit auch diese LED-Leuchte schließen, indem wir dieses kleine Visier, sag ich jetzt mal, hier nach vorne schieben und wir können halt diese Leuchte aktivieren, indem wir das Visier ganz nach hinten schieben. Hier hinten befindet sich dann ein kleiner Schalter, wenn praktisch dieser Schalter durch dieses Visier hier reingedrückt wird, wird das Licht angehen, sobald ich, wie gesagt, diesen Astronauten in meinen Computer reingesteckt habe und ab dann scheint, wie gesagt, das Licht. Die Frage ist jetzt natürlich, ist denn das ein interessantes Produkt? Hat es einen Unique Selling Point? Ja. Hat es einen Sinn? Ja. Ist es ein Produkt, das die Leute bisher kennen? Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Produkt ist, das viele Leute kennen, vor allen Dingen nicht in der Form, wie es hier angeboten wird. Sicherlich eine LED, das wissen wir alles, was das ist, wir wissen auch alle, was eine Lampe ist, bloß haben wir schon mal eine Astronautenlampe gesehen? Höchstwahrscheinlich nicht, vielleicht einige von euch werden sagen, ja, ich hatte es vorher noch nicht gesehen. Ich habe, wie gesagt, dieses Produkt einfach mal hier bestellt, um euch das hier in diesem Kurs zu präsentieren. Wir werden weiterhin in diesem Kurs über dieses Produkt sprechen. Es ist ein Produkt, das, das kann ich schon mal vorne wegnehmen, nicht perfekt ist, definitiv nicht das perfekte Dropshipping-Produkt ist. Es ist aber ein sehr gutes Beispiel für ein Produkt, das viele Leute wahrscheinlich Dropshippen würden. Und ich möchte wirklich an diesem Produkt mal erklären, wie man es profitabel machen könnte und wie man es nicht profitabel macht. Und ich denke, wie gesagt, dieses Produkt ist schön in der Mitte. Nämlich, es kann ein Produkt sein, das wirklich profitabel ist. Es kann aber auch ein Produkt sein, das überhaupt nicht profitabel ist. Dann der zweite Punkt ist natürlich die hohe Margin. Ich kann dir schon mal Folgendes verraten. Dieses Produkt hier kaufe ich ein für 2,18 Dollar. Das sind ziemlich genau 2 Euro. Die Frage ist nun natürlich, für wie viel Geld verkaufen wir es? Viele Dropshipper werden gerade mal eine Margin von vielleicht 30, 40 Prozent haben. Was bedeutet, dass wir zum Beispiel ein 2-Euro-Produkt für zum Beispiel 2,60 Euro anbieten oder vielleicht für 2,80 oder 3 Euro oder was auch immer. Das sind nicht besonders hohe Margin. Zum Beispiel in meinem Fall, ich wäre da relativ aggressiv, was das Ganze angeht, und würde einen viel, viel höheren Preis werden. Zum Beispiel sowas wie 12,99 Euro, 14,99 Euro oder was auch immer. Natürlich könnte man sich jetzt fragen, ist es denn dieses Produkt hier wert? Ist dieses Produkt hier 12,99 Euro beziehungsweise 14,99 Euro wert? Und meine Antwort darauf wäre höchstwahrscheinlich nein. Höchstwahrscheinlich nein. Und da kommen wir schon zum nächsten Problem. Nämlich wenn zum Beispiel ein Produkt keine hohe Margin hat, dann könnte man ja denken, na gut, das macht mir dann nicht so viel Geld pro Verkauf, aber wenn ich halt genug das Produkt oder oft genug das Produkt verkaufe, dann müsste es mir irgendwann mal Geld machen beziehungsweise wird dann eine Summe Geld machen, die auch ganz anständig ist. Und diese Denkweise ist nicht ganz korrekt. Nämlich wir müssen natürlich uns überlegen, wie viel Geld haben wir denn zur Verfügung, um tatsächlich eine Person davon zu überzeugen, dieses Produkt zu kaufen. Nehmen wir zum Beispiel mal an, wir bieten nun dieses Produkt hier in unserem Dropshipping-Store an und wir promoten dieses Produkt via Facebook-Werbeanzeigen. Was genau macht das? Naja, ganz klar, wir haben dann ein Produkt, das in einer Facebook-Werbeanzeige angeboten wird. Dieses Produkt ist ziemlich günstig. Wir kaufen es einem für 2 Euro, verkaufen es aber auch schon, sagen wir mal, für 10 Euro. Das heißt, unser Margin liegt gerade mal bei 8 Euro. Das heißt, wir haben 8 Euro, um eine Person davon zu überzeugen, dieses Produkt hier zu kaufen. Wenn also zum Beispiel unser Margin weit geringer sein würde, sagen wir mal bei 30 Prozent oder sowas, das wären ja gerade mal 2,60 Euro, also 60 Cent, würden wir dann pro Verkauf machen, dann hätten wir ja tatsächlich auch nur 60 Cent, um eine Person davon zu überzeugen, dieses Produkt hier zu kaufen. Ist das eine sinnvolle Strategie, mit so einer kleinen Margin zu operieren von 60 Cent? Nein, keinesfalls. Die meisten Formen des Paid Advertisings werden es dir nicht erlauben, bei einer 60 Cent Margin tatsächlich einen Profit zu machen. Höchst unwahrscheinlich. Wenn du vielleicht 8 Euro Margin hast, da würde ich schon wieder sagen, joa, da kommt man so langsam in den Bereich rein, wo man sagt, das lohnt sich. Das könnte sich tatsächlich lohnen. Das heißt, indem du ein Produkt einfach ein bisschen teurer machst, kannst du hier schon mal zumindest das Risiko minimieren, mit diesem Produkt kein Geld zu machen. Der wichtige Faktor hier ist aber nun der folgende. Wie teuer machen wir nun das Produkt? Wird dieses Produkt so teuer sein, dass die Leute es nicht mehr kaufen wollen? Oder wird das Produkt vielleicht nicht teuer genug sein, sodass wir keinen Profit erwirtschaften? Genau deswegen sage ich halt immer, suche dir eher Produkte, die eine höhere Margin haben. Nicht vielleicht von 8 Euro, sondern vielleicht von 20 Euro, von 30 Euro, von 40 Euro, weil du damit natürlich dann auch viel mehr Geld hast, um Leute tatsächlich dazu zu bringen, dieses Produkt zu kaufen. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du hast jetzt den 20-30 Euro Margin, würde das ja bedeuten, dass du 20-30 Euro in zum Beispiel Facebook Werbezeigen oder Google AdWords ausgeben kannst, um eine Person dazu zu bringen, dein Produkt zu kaufen. Das, wie gesagt, ist ein Riesenvorteil. Das heißt, hohe Margins sind immer gut, geringe Margins können schnell problematisch werden. Dann der dritte Punkt ist mehrere Zielgruppen. Und ich glaube, da haben wir hier zum Beispiel ein sehr interessantes Objekt. Nämlich dieses kleine Produkt hier, dieser kleine Astronaut, der behandelt natürlich mehrere Arten von Zielgruppen. Nämlich einmal haben wir die Zielgruppe Leute, die an, sag ich jetzt mal, Weltraum interessiert sind. Und natürlich haben wir auch die Zielgruppe, die vielleicht Computer-Nerds sind, Computer-Geeks sind und gerne sowas haben wollen. Und natürlich haben wir damit zwei Zielgruppen geschaffen. Warum genau sage ich das Ganze? Aus folgendem Grund. Nämlich, da wir ja zwei Zielgruppen haben, können wir auch viel einfacher Targeting vornehmen. Wir können also viel einfacher zum Beispiel eine Facebook-Werbeanzeige erstellen und können ja dann in dieser Facebook-Werbeanzeige sagen, wir wollen Leute, die interessiert sind an IT und wir wollen Leute, die an zum Beispiel Weltraum interessiert sind. Diese Leute wollen wir targetieren, weil wir glauben, dass durch dieses Design hier Leute vielleicht daran interessiert sind, solch ein Produkt zu kaufen, weil sie diese spezifischen Interessen haben. Das, wie gesagt, ist so ein weiterer Faktor, den ich persönlich im Hinterkopf behalten würde. Wenn du mehrere Zielgruppen mit deinem Produkt erreichen kannst, super. Dann ist, wie gesagt, die Zielgruppe noch definierter. Wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, wo man halt einen Designer, das nur ganz, ganz klar einer einzigen Zielgruppe zugeordnet werden kann, dann, wie gesagt, ist das auch nicht schlecht, aber wenn du mehrere Zielgruppen targetieren kannst, dann ist das schon gut. Dann vierter Punkt, nicht problematisch zu liefern. Und was ich damit genau meine, ist folgendes. Nämlich, es gibt natürlich einige Produkte, wie zum Beispiel dieses hier, das zum Thema Elektronik ist. Nämlich, elektronische Produkte sind immer ein Problem. Du brauchst bestimmte Zertifikate, beziehungsweise Zertifizierungen für deine Produkte und man darf nicht vergessen, dass natürlich hier immer ein bisschen Risiko dabei ist. Weil nehmen wir zum Beispiel an, wir haben nun dieses Produkt hier und aus irgendeinem Grund, bei dem gehe ich nicht davon aus, aber bei anderen Produkten, wenn man das in den Computer reinsteckt, das Ding fängt an zu brennen und das Haus fackelt zum Beispiel von der Person ab, dann hast du ein Riesenproblem. Genau deswegen sage ich immer, importiere beziehungsweise exportiere nur Produkte, wo du dir wirklich sicher bist, dass da wenig Risiko mit verbunden ist. Da auch gerne mal zum Beispiel einen Anwalt fragen, einfach fragen, wie hoch schätzen die das Risiko ein, welche Dokumente brauche ich dafür, ist es denn überhaupt erlaubt, dieses Produkt einzuführen und so weiter und so fort. Und sobald du das geklärt hast, dann würde ich erst starten, meinen Dropshipping-Store zu bauen. Wenn du es aber noch nicht geklärt hast, dann würde ich vor allen Dingen nicht den Dropshipping-Store bauen. Sonst natürlich, mein persönlicher Tipp hier an dich ist der folgende, importiere auch bitte keine Produkte und dazu werden wir nochmal ein extra Video hier in diesem Kurs haben, die zum Beispiel scharf sind, sowas wie Messer oder Pizzaschneider oder was auch immer, da kann man immer schnell in den Teufels Küche kommen, auch keine Produkte, die irgendwie Kinder in den Mund nehmen könnten oder was auch immer, also zum Beispiel jetzt Kinderspielzeug oder so, weil gerade halt dort, wo wir her importieren, aus China praktisch, da sind halt einfach die Standards nicht so wie bei uns. Und ich meine, ich habe viele Jahre in China gelebt, ich weiß, wovon ich spreche, die Standards sind nicht wie bei uns. Da kann es gut mal sein, dass halt einfach irgendwelche Giftstoffe, die nicht in der Europäischen Union erlaubt sind, in praktisch diesen Produkten drin sind und da kann man schnell in die Teufels Küche geraten. Nur als Vorwarnung, bitte nochmal einen Anwalt fragen. Und dann kommen wir aber zum fünften Punkt und dieser heißt lieferbar in Land X. Nämlich die Frage ist natürlich, kann denn überhaupt dein Supplier irgendwo in Asien, halt in China, kann dieser Supplier überhaupt an dich dein Produkt verschicken? Weil nicht vergessen, wir operieren ja auf der Plattform AliExpress. Das ist eine chinesische Plattform und da es ja eine chinesische Plattform ist, müssen wir auch erstmal erfragen, können wir denn überhaupt Produkte aus China, zum Beispiel nach Deutschland, importieren? Können wir Produkte aus China, zum Beispiel in die USA schicken? Können wir Produkte aus China nach Italien schicken? Und so weiter und so fort. Und da gibt es ein wirklich interessantes Tool, mit dem man das Ganze feststellen kann. Und über dieses Tool würde ich jetzt gerne mit dir sprechen. Dieses Tool nennt sich AliPacket. Ich würde dich zuallererst bitten, mal auf Google zu gehen oder eine andere Suchmaschine und einfach mal einzugeben, AliPacket. Nämlich AliPacket ist eine Chrome Extension, die ich sehr empfehlen kann, die übrigens auch kostenfrei ist. Und damit kannst du halt schauen, welche Produkte via ePacket zu exportieren sind. Also ePacket ist, und das schon mal vorne weggenommen, eigentlich die schnellste Möglichkeit, über AliExpress deine Produkte in bestimmte Länder zu verschiffen. ePacket ist die schnellste Möglichkeit, genau deswegen ziehen wir diese Möglichkeit vor. Wenn wir zum Beispiel jetzt andere Möglichkeiten des Versandes wählen würden, dann kann es extrem lange dauern, bis ein Produkt irgendwann mal bei dir ankommt. Das ePacket oder die ePacket-Variante-Option, denke ich mal, ist hier die beste. Genau deswegen schlage ich AliPacket vorne. Ich bin AliPacket, und wir können hier mal draufklicken, können wir folgendes tun. Wir können mit AliPacket sehen, in welche Länder denn überhaupt dieses Produkt exportiert werden kann. Du klickst hier oben zuallererst mal auf Add to Chrome, und sobald du das machst, können wir jetzt hier diese Erweiterung hinzufügen. Du brauchst also praktisch einen Chrome-Browser, um diese Application, diese Chrome Extension, haben zu können. Wir klicken jetzt hier auf Erweiterung hinzufügen. Jetzt sehen wir hier schon, AliPacket wurde zu Chrome hinzugefügt, und jetzt können wir folgendes machen. Jetzt können wir zum Beispiel auf AliExpress gehen, und ich habe jetzt einfach mal mein Produkt hier eingeben, nämlich Astronaut USB. Ihr werdet immer folgendes sehen. Ich werde ganz, ganz oft hier in meinen Kursen einige Fotos geblurrt haben, weil, wie gesagt, man muss mit dem Urheberrecht ein bisschen aufpassen. Genau deswegen habe ich jetzt hier einige Fotos nicht angezeigt. Nicht wundern, wenn hier einige Sachen vielleicht etwas verschwommen sind. Ich möchte dann bloß mich einfach absichern. Aber wie auch immer. Wir laden jetzt mal hier diese Seite neu. Und jetzt sehen wir, wie gesagt, hier diese Produkte. Und dann können wir schon folgendes sehen, nämlich, dass wir jetzt hier oben so einen kleinen grünen Balken haben. Und was dieser grüne Balken aussagt, ist folgendes. Nämlich, er sagt uns, okay, wir können dieses Produkt für 1,74 Dollar in die USA exportieren von China aus. Und was wir jetzt machen können, und das ist das wirklich Spannende, wir können hier oben in die rechte obere Ecke auf AliPacket gehen, und dann haben wir hier alle möglichen Länder, die wir eintragen können. Und dann können wir schauen, ob wir unser Produkt denn überhaupt in diese Länder exportieren können. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier dieses Produkt und ich würde es gerne in die USA, nach England verschiffen, vielleicht noch nach Frankreich, nach Deutschland und möglicherweise nach Hongkong noch. Das sind die Länder, die ich jetzt mal so targetieren möchte. Nehmen wir vielleicht noch ein weiteres. Nehmen wir mal irgendwas vielleicht in Afrika. Vielleicht haben wir da irgendwie ein schönes Beispiel. Gibt es noch ein afrikanisches Land? Die afrikanischen Länder sind es gerade hier noch nicht dabei. Nehmen wir mal vielleicht, was können wir nehmen? Vielleicht Israel. So, nehmen wir mal Israel und jetzt laden wir das Ganze neu. Und jetzt können wir schon sehen, aha, diese Produkte werden immer noch für die USA angezeigt. Wir müssen es, glaube ich, einmal kurz hier updaten. Genau, wir müssen es einmal nochmal schnell eintragen und dann updaten. So, tragen wir nochmal kurz ein paar Länder ein. Israel und was haben wir noch gesagt? Sagen wir mal Singapur. Und dann klicken wir auf Save. So, jetzt ist das Ganze gespeichert worden. Und jetzt können wir nochmal die Seite hier neu laden und können dann sehen, wohin dieses Produkt denn eigentlich verschifft wird. So, jetzt können wir hier also folgendes sehen. Nämlich dieses Produkt wird zum Beispiel in alle sieben Länder verschifft, die wir ausgewählt haben. Nämlich die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Israel und Singapur. Dann das zweite Produkt kann nicht nach Kanada verschifft werden. Das dritte Produkt kann wieder an alle Leute oder an alle Länder verschifft werden. Und dann das vierte kann tatsächlich nur in die Vereinigten Staaten verschifft werden und in keins der anderen Länder. Und ich finde, das ist doch schon ziemlich bezeichnend. Das heißt, wir haben nun hier ein Tool gefunden, mit dem es möglich ist, herauszufinden, wohin denn eigentlich unsere Produkte verschifft werden können. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel sagen, gut, wir wollen ein Produkt nach Deutschland schicken, aber wir sehen, es kann nicht nach Deutschland via ePacket verschickt werden. Na gut, dann nehmen wir uns halt ein anderes Produkt. Aber dieses Tool gibt dir halt die Möglichkeit herauszufinden, ob denn tatsächlich nun das Produkt nach Deutschland verschifft wird. Oder zum Beispiel nach Frankreich, nach Singapur und so weiter und so fort. Und du kannst es natürlich mit jedem anderen Land machen, das hier eingetragen ist. Von Estland, über Ungarn bis hin zu Litauen, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Portugal, Südkorea, Spanien und so weiter und so fort. Wir können das Ganze nochmal kurz speichern, refreshen die Seite nochmal neu. Und dann sehen wir bereits, okay, dieses Produkt kann halt zum Beispiel hier nur in 11 Länder von 13 verschifft werden, dann 10 aus 13, 11 aus 13 und hier werden nur 1 aus 13. Aber gut, das war es dann nun hier für dieses Tutorial. Wir haben uns nun angeschaut, wie man ein profitables Dropshipping-Produkt findet. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können. Welche Produkte solltest du vielleicht besser nicht in deinem Shopify-Store anbieten? Über diese Frage würde ich gerne mit dir hier in diesem Video sprechen. Es gibt tatsächlich einige Produkte, wo ich dir als Tipp geben kann, diese nicht anzubieten. Du kannst natürlich dich für was auch immer, was ein Produkt entscheiden. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will aber unbedingt dieses eine Produkt importieren, dann natürlich kannst du das gerne machen. Bitte konsultiere vorher, wie gesagt, nochmal einen Rechtsanwalt. Es ist grundsätzlich immer ganz gut, wenn man nochmal eine Person hat, die über das Produkt rüberschaut, vielleicht die Risiken abschätzen kann und der vielleicht auch Kontakte hat, die mal das Produkt checken können. Aber hier ist schon mal eine grobe Liste von Produkten, beziehungsweise Art von Produkten, die ich persönlich nicht in meinen Shopify-Store einbauen würde, beziehungsweise die ich nicht verkaufen würde. Fangen wir mal zuallererst mit dem ersten Punkt an, nämlich scharfe Gegenstände wie Messer. Schon mal ein Tipp an dich ist der folgende. Gerade wenn du halt sowas wie Pizzaschneider oder Messer oder irgendwelche, sag ich jetzt mal, kleinen Cuttermesser oder vielleicht sogar Flipmesser oder was auch immer verkaufen möchtest, bitte mach das nicht. Also sagen wir mal so, es ist natürlich komplett deine Entscheidung, bloß gerade halt bei scharfen Gegenständen, da ist das immer so, ja, kann das schnell problematisch werden. Auch vor allen Dingen, wenn sich vielleicht scharfe Gegenstände durch irgendeine Verpackung bohren oder möglicherweise Leute verletzen oder es da irgendein Problem mit gibt. Also da würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein, auch gerade wenn vielleicht das irgendwie Kinder in die Hand bekommen. Ich bin wie gesagt kein Rechtsanwalt, bloß mein Tipp an dich ist einfach, keine scharfen Gegenstände kann schnell zu Problemen führen. Dann zweitens Öle, Creme, Seifen und andere Beauty-Produkte. Warum genau? Man darf nicht vergessen, in China gelten andere Gesundheitsstandards und andere Standards grundsätzlich für Produkte. Und es kann natürlich sein, dass in einigen Produkten Inhaltsstoffe drin sind, die vielleicht nicht unbedingt auf die Haut gehören sollten, beziehungsweise die vielleicht irgendwelche Probleme entstehen lassen könnten. Ich meine, viele von euch wissen, ich habe früher lange Zeit in China gelebt und zum Beispiel die Produkte, die ich auch drüben dort kaufe, da gibt es viele sehr gute Produkte. Es gibt aber auch einige Produkte, wo man einfach merkt, okay, die sind nicht unbedingt zum Vorteil des Kunden geschaffen. Und es kann gut sein, dass tatsächlich diese Produkte verboten sind in Deutschland. Das heißt, es ist ja nicht mal in die Europäische Union kommt auf den Standard drauf an. Meist sind ja bei der EU angeglichen, dass man auf jeden Fall dieses Produkt nicht in die Europäische Union einführen darf. Und vor allen Dingen natürlich auch nicht nach Deutschland. Und grundsätzlich, selbst wenn man es einführen darf und irgendwie kommt es zu Problemen oder ein Produkt zum Beispiel, ja, ist ja direkt der Hautkontakt, irgendein Schaden wird dadurch generiert oder was auch immer. Da kann man schnell in Teufels Küche geraten. Also mein Tipp hier an dich wäre, grundsätzlich nicht Produkte zu verkaufen, wo man halt Hautkontakt hat. Gerade natürlich bei Ölen oder bei Cremes oder bei Seifen oder grundsätzlich anderen Beauty-Produkten wie Make-up oder so. Das wird auf die Haut aufgetragen bzw. in Hautnähe, wenn es zum Beispiel jetzt auf die Wimpern oder so aufgetragen wird. Das kann immer ganz, ganz schnell zu Problemen führen, gerade wenn halt Inhaltsstoffe drin sind, die vielleicht irgendwie mit der Haut reagieren. Da kommt es vielleicht zu irgendwelchen Ausschlägen, da kommt es zu Quaddeln, da kommt es zu was auch immer. Und dann wird sich natürlich auch der Kunde fragen, Mensch, mein Gott, warum habe ich denn jetzt dieses Produkt hier mir gekauft, wenn es mich sowieso nur krank macht oder halt mir nicht hilft bzw. mir sogar eigentlich überhaupt nicht hilft. In dem Sinne, dass es halt, ja, einfach mir nur so weh tut. Wieso habe ich das Produkt gekauft? Wen kann ich denn da ansprechen, um vielleicht mal das Problem zu lösen? Oder noch schlimmer, es kann natürlich auch sein, dass nun diese Person irgendwie Beschwerde einreicht oder was auch immer, weil er halt deine Shop-Produkte verkauft, die irgendwie zu Hautausschlag führen, vielleicht sogar giftig sind oder vielleicht zu was viel, viel Schlimmeren führen, nehmen wir zum Beispiel an, jetzt ein Kind oder so ist das und da ist nicht die richtige Kennzeichnung drauf. Also da kann man schnell in Teufelsküche geraten. Also bitte da ein bisschen aufpassen und eher nicht solche Produkte importieren. Dann natürlich der dritte Punkt und das bringt uns eigentlich zum zweiten Punkt, in gewissen Sinne zurück, nämlich Kinderspielzeug und direkter Hautkontakt. Nämlich gerade Kinderspielzeug, da weiß man nie, weil viele Kinderspielzeuge ja aus Plastik hergestellt sind, ob denn nun das Plastik, das halt aus China kommt, und auch unseren Standards hier entspricht. Nehmen wir mal an, das Kind nimmt das jetzt irgendwie in den Mund und möglicherweise sind da irgendwelche Giftstoffe drin, das Kind vielleicht wird dadurch krank oder im allerschlimmsten Fall vielleicht sogar stirbt tatsächlich, dann wäre das auch nicht schön. Grundsätzlich Kinderspielzeug kann ich dir wirklich nur empfehlen, da vielleicht eher die Finger von zu lassen, weil grundsätzlich du Hautkontakt hast, Kinder nehmen Dinge gerne in den Mund und wenn dann halt schlimme Sachen passieren, dann ist das ja nicht zu verzeihen und da kann man wie gesagt schnell in Teufelsküche geraten. Sonst Kinderspielzeug, da kann ich dir noch einen Tipp geben, nämlich wenn jetzt zum Beispiel du Kinderspielzeuge anbieten möchtest, dann muss man sich natürlich auch mal einfach nur damit auseinandersetzen, ist denn das das richtige Plastik, wenn du halt so ein Produkt importieren möchtest, da würde ich halt den Experten einfach mal ranziehen, was Plastik angeht. Sonst, viertens Batterien, Akkus und andere Gegenstände, die explodieren können. Ich sehe gerade, wir haben den vierten, fünften Punkt zweimal, also wie gesagt, das soll jetzt einfach nur einmal heißen, Batterien, Akkus und andere Gegenstände, die explodieren können. Da kann ich dir halt nur folgendes sagen, nämlich wenn du jetzt zum Beispiel Produkte hast, wo du ganz klar eine Gefährdung für andere hast, weil nämlich dieses Produkt möglicherweise schlecht hergestellt ist oder vielleicht sind es einfach Batterien, die du nicht vertraust, also sind das Akkus, die einfach schlechter Qualität entsprechen, dann würde ich wie gesagt solche Produkte auch nicht importieren. Sonst natürlich Kleidung auch wieder wegen Hautkontakt, sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Und dann der siebte Punkt auch nochmal, oft Elektronik, ich sage oft aus folgendem Grund, nämlich manche simple Elektronik, wie zum Beispiel dieser kleine Astronaut, den ich euch in einem der anderen Videos zeigte. Der zum Beispiel ist jetzt eigentlich nicht so besonders problematisch. Ich habe das Ding wie gesagt checken lassen, in eurem Fall würde ich es auch checken lassen, ob man dieses Produkt denn überhaupt einführen darf. Bei Elektronik muss man dennoch ein bisschen vorsichtig sein, weil zum Beispiel wenn jetzt das anfängt zu brennen und dann vielleicht nicht den deutschen Standards entspricht oder was auch immer, kann man da schnell wie gesagt in Teufels Küche kommen. Es tut mir leid, dass ich immer alles so negativ ausdrücken muss, aber anders geht es nicht. Ich möchte euch, wie gesagt, vor irgendwelchen Problemen bewahren. Wenn ihr andere Produkte importiert, würde ich grundsätzlich mich immer fragen, okay, gibt es da Hautkontakt? Könnten also Leute dadurch irgendwie Irritationen bekommen? Vielleicht sozusagen irgendwelche Giftstoffe drin? Könnte eine Person das in den Mund nehmen, zum Beispiel bei Kindern? Oder vielleicht sind das ja Plastikbesteck, das die Leute in den Mund nehmen können? Vielleicht ist das kein gutes Plastik? Und so weiter und so fort. Also einfach ein bisschen aufpassen, dir einen Experten holen und dann wirst du hier nicht so großes Risiko haben. Man sollte bloß einfach sich wirklich mit dem Produkt mal auseinandersetzen, bevor man es tatsächlich dann auch verkauft. Aber gut, das war es dann nun hier für dieses Video. Vielen, vielen Dank, dass du dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit dir über das AliExpress Dropshipping Center sprechen. Es soll vor allen Dingen darum gehen, wie du quantitativ feststellen kannst, wie oft sich ein bestimmtes Produkt verkauft. Nehmen wir uns mal schon mal an, du bist es gerade bei, den eigenen Shopify-Store aufzumachen. Und du möchtest wissen, ob sich ein Produkt oft verkauft oder nicht. Dann wäre es natürlich super, wenn man dazu Daten hätte. Bloß, woher kriegt man diese Daten? Es gibt ja hunderttausende von Produkten auf AliExpress. Woher soll man die Daten darüber bekommen, wie oft sich ein bestimmtes Produkt verkauft? Und die Antwort liegt jetzt auf der Hand, nämlich im Dropshipping Center. Dieses Dropshipping Center erlaubt es dir, zu allen jetzt mal zu schauen, okay, quantitativ, wie oft verkauft sich dieses Produkt? Und vor allen Dingen erlaubt es dir auch zu schauen, welche Suppliers trusted sind. Also welche Lieferanten praktisch einen guten Job machen. Das kann viele Faktoren haben. Also zum Beispiel kommt das Produkt heile an, kommt das Produkt in der Form an, wie es auch unten angepriesen wurde und so weiter und so fort. Also es gibt praktisch einmal das Tool, wo wir ganz genau nachstellen können, wie oft verkauft sich ein Produkt? Dann haben wir halt die Möglichkeit, diese Trusted Suppliers uns anzuschauen. Und wir haben auch nochmal die Möglichkeit, über Hot DS Items, nennt sich das ganz genau, zu schauen, welche Produkte sich denn derzeit auf AliExpress zum Beispiel sehr gut verkaufen. Bevor wir doch damit anfangen und bevor wir darüber sprechen, wie man denn eigentlich nun diese ganzen Analyseprozesse durchgeht, müssen wir natürlich zuallererst mal uns ins Dropshipping Center bewegen. Und ich weiß ganz genau, dass viele damit Probleme haben werden, weil das Dropshipping Center ist nicht leicht beziehungsweise überhaupt nicht zu finden. Und was es genau bedeutet, ist folgendes, nämlich du musst das Dropshipping Center erst aktivieren. Viele von euch, die jetzt gerade in ihrem AliExpress-Account drin sind und hier oben mal schauen, ihr werdet höchstwahrscheinlich derzeit nicht das Dropshipping Center finden, weil es einfach nicht aktiviert ist. Ihr müsst das Dropshipping Center erst aktivieren, dann könnt ihr auch auf diese Tools zugreifen. Das Problem ist bloß, man kann über Google nicht so wirklich finden, wo man dieses Dropshipping Center denn eigentlich eröffnet. Es gibt aber eine spezielle URL und diese URL möchte ich an euch weitergeben. Das ist die URL, mit der ihr euer Dropshipping Center aktivieren könnt. Das ist einfach nur, wie gesagt, home.ali-express.com slash dropshipper slash ds dann underscore center.htm Das wie gesagt ist die URL. Über diese URL werdet ihr praktisch auf AliExpress weitergeleitet und könnt dann halt mit AliExpress praktisch kooperieren und ihr sagt dann, okay, ich bin ein Dropshipper und dann könnt ihr halt dieses Dropshipping Center aktivieren. Aber gut, gehen wir einfach mal zurück in AliExpress rein und benutzen wir dieses Tool mal. Hier unten sehen wir schon mal folgendes. Wir haben hier die sogenannten HotDS Items. Diese HotDS Items sind einfach Produkte, die sich derzeit ziemlich gut verkaufen und wir können hier dann zum Beispiel auf die Produktkategorie gehen und können uns mal anschauen, welche Produkte denn in den unterschiedlichen Nischen sich derzeit sehr gut verkaufen. Wenn wir hier zum Beispiel drauf gehen und wir können uns dann anschauen zum Beispiel All Categories Women's Clothing Men's Clothing Cellphones and Telecommunications Computer and Office Consumer Electronics Jewelry and Accessories Home and Garden Luggage and Bags Shoes Mother and Kids und so weiter und so fort. Also haufenweise Kategorien und wir haben da natürlich auch immer Unterkategorien. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt auf Food gehen, ich würde zum Beispiel grundsätzlich nicht empfehlen, Food, also grundsätzlich Essen in welcher Form auch immer in deinem Shopify Store zu verkaufen, weil wie gesagt, wenn das zum Beispiel nicht den deutschen Standards entspricht beziehungsweise nicht den EU-Richtlinien, kann es sehr gut sein, dass du da Probleme bekommen wirst. Auch gerade, ich würde jetzt hier nicht irgendwelche Nudeln oder Dried Fruit, Coffee und so weiter. Das mag sich zwar jetzt nicht so besonders, ja, risikoreich anhören, kann es aber sein. Nehmen wir zum Beispiel an, du importierst jetzt hier unten einen Mate-Tee und dieser Mate-Tee ist auf einmal giftig, was ich natürlich jetzt nicht ausgehe, aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann hast du natürlich schnell ein Problem. Sonst natürlich Security and Protection, Security Alarms, auch gerade wieder bei so elektronischen Dingen muss man immer ein bisschen aufpassen, weil nicht vergessen, wenn das Ding anfängt zu brennen und auf einmal fackelt das gesamte Haus ab und man schaut dann auf das Produkt und sagt, das hätte man ja gar nicht importieren dürfen, dann wird natürlich auch die Person zur Rechenschaft gezogen, die das Produkt verkauft hat. Und hier natürlich auch Hair Extension und Wigs, da muss man auch wieder schauen, weil es Hautkontakt hat, dann Apparel and Accessories, hat auch wieder Hautkontakt, muss man auch wieder ein bisschen schauen, zum Beispiel Office and School Supplies, das können zum Beispiel relativ risikoarm sein, Furniture, müsste man schauen, Lights and Lighting würde ich auch nicht reingehen, Automobiles and Motorcycles, keinesfalls, Home Improvement möglicherweise und sonst, man sieht Tools, Hand and Power Tools, ja, muss man halt schauen, ob das sinnvoll ist. Aber auf jeden Fall kannst du dann halt immer auf diese unterschiedlichen Nischen gehen und zum Beispiel nehmen wir an, ich will jetzt hier irgendwelche Crow Bars, also Brechstangen verkaufen. Wenn ich da jetzt mal draufklicke, dann sehen wir, aha, es gibt hier haufenweise Crow Bars. Jetzt will ich auch mal wissen, wie oft wird denn diese Crow Bar verkauft, wie oft wird diese Brechstange verkauft. Ich gehe jetzt einfach mal auf eine von denen drauf, sagen wir mal, die erste hier direkt. Und dann öffnet sich ein neuer Tab, jetzt siehst du halt diese Crow Bar hier, jetzt siehst du diese Stange und was wir jetzt noch machen, ist, wir kopieren einfach diesen Link, die URL hier oben, kopieren die und dann gehen wir zurück in unser Dropshipping Center und klicken hier auf Product Analysis. Sobald wir auf Product Analysis klicken, sehen wir, dass es dort ein freies Feld gibt und dort tragen wir dann praktisch die URL ein. Dann klicken wir auf Search und wenn wir jetzt auf Search klicken, dann sehen wir, wie oft sich dieses Produkt verkauft, leider so gut wie gar nicht, zum Beispiel hier an dem einen Tag gab es entscheidend zwei Sales und wir können das wie gesagt mit allen möglichen Produkten machen. Wir können ja mal unten ein anderes Produkt uns nehmen, wir können ja mal eins von diesen hier sehr populären Produkten anscheinend nehmen, das ist hier direkt das erste, das nennt sich, ich habe es jetzt wahrscheinlich hier ausgeblendet, ihr wisst, ich muss es immer so ein bisschen blurry machen, da steht jetzt Nagaraku 16 Rose Foam Mink Individual Eyelashes, das heißt, es handelt sich hierbei irgendwie um Wimpern, die man ankleben kann, ich denke mal, es handelt sich hier einfach um ein typisches Frauenprodukt und ich klicke jetzt da mal drauf und mache mal folgendes, ich nehme wieder hier die URL und gehe dann zurück ins Dropshipping Center. Wir klicken dann wieder hier auf Product Analysis, dann kopieren wir hier die URL rein, klicken auf Search und dann werden wir schon sehen, aha, dieses Produkt verkauft sich auf einmal heute extrem oft, wow, 9823 Mal an einem einzigen Tag oder zum Beispiel hier 1694, selbst an schlechten Tagen verkauft sich das Produkt ungefähr immer um die 1000 Mal, also das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und jetzt natürlich, dass es gestern sich 9823 Mal verkauft hat, ist schon eigenartig, weil ich meine, man sieht ja natürlich klar diesen Anstieg, aber irgendwer, irgendjemand musste halt richtig Sales generiert haben für dieses Produkt und dass das jetzt 9823 Mal sich verkauft hat, das ist schon wirklich, wirklich ordentlich. Dann, das nächste, über das ich mit euch sprechen wollte, ist der sogenannte, oder dies ist die sogenannte Trusted Suppliers Rank und wenn ihr halt in den Trusted Suppliers Rank reingeht, dann könnt ihr euch hier die Stores angucken, die anscheinend sehr gute Bewertungen bekommen haben, die sehr gute Arbeit geleistet haben, zum Beispiel hier haben wir einen Store, der heißt Shop 2885311 Store, dann haben wir hier Sport Shoe Store und so weiter und so fort und das sind dann praktisch Stores, wo also nun zum Beispiel gute Produkte anscheinend herkommen, wo die Personen, die halt auch bei denen gekauft haben, gute Entscheidungen, oder nicht gute Entscheidungen gemacht haben, aber zumindest ein gutes Gefühl hatten, beziehungsweise gute Produkte erhalten haben von diesem Store und dann, wie gesagt, kann man hier nochmal in diesem Tool die ganzen Kategorien sich anschauen und kann halt die guten Suppliers für jede einzelne Kategorie herausfinden, also wie gesagt, wenn du zum Beispiel dir ein bisschen unsicher bist, was deine Suppliers angeht und denkst dir, hm, ich bin mir nicht so sicher, ob die vertrauenswürdig sind, dann schau doch einfach mal hier direkt bei den Suppliern drinnen und guck mal, ob du vielleicht einen Supplier in der Nische findest, der dasselbe Produkt anbietet, aber halt einfach vielleicht viele gute Bewertungen hat oder dafür bekannt ist, gute Produkte zu verschiffen. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Dies war nun das AliExpress Dropshipping Center. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können.